Hallo und herzlich willkommen auf Mockscout, deinem Kanal für interessante Lego-Sets und spannende Eigenkreationen aus Klemmbausteinen. Wir schauen uns heute was ganz spannendes an, nämlich das Bricks Comics Medieval Blacksmith Mock. Das ist ein Rebrickable Mock mit der Nummer 94946 und ein Alternative Build der 21325 der mittelalterlichen Schmiede. Das Set ist von 2021 und wenn es bauen wollt, braucht ihr genau die Schmiede, die kostet euch bei Lego 150 Euro, ist aber auch schon ein bisschen günstiger gesichtet worden. Von den 2164 Teilen, die drin sind in der Schmiede, sind hier 1425 verbaut, also längst nicht alle und ihr seht hier, dass es auch nicht ein Gebäude, sondern es sind vier kleine Gebäude, ein Turm, eine kleine Kaserne, eine Schmiedehütte und ein Versteck im Wald, was euch vielleicht ein bisschen an was erinnert, was es schon mal bei Lego gab. Und wir haben auch noch einen Wagen dazu. Die Maße sind recht unterschiedlich, aber übersteigen pro Modul nicht 18x18x25, wobei mit 25 cm der Turm natürlich der höchste ist. Der Designer ist Briggs Remix, den haben wir bisher noch nicht auf dem Kanal gesehen, der hat noch ein paar kleinere Mocks im Angebot. Von der Altersgruppe her würde ich sagen 9+, er schreibt auch selber in seiner Beschreibung, dass er denkt, dass Kinder bis 9 ein bisschen Hilfe brauchen könnten. Je nachdem wie fit sie sind, würde ich zustimmen, könnte man aber auch schon ein bisschen jünger bauen, denke ich. Es gibt keine Aufkleber, es gibt ein paar wenige Prints, eben was die Teile hergeben. Aber es sind, glaube ich, auch nicht alle Prints dabei, die in der Schmiede dabei sind. So, was braucht ihr, um das zu bauen? Ihr braucht natürlich eine Anleitung. Ihr kriegt ein PDF für 6 Euro auf Rebrickable. So, und jetzt kommt das, was dieses Set besonders macht. Es gibt zwei Varianten der Anleitung, die ihr kriegt. Einmal einfach nur die Anleitung, um diese Module hier zu bauen, die übrigens auch in sich zum Teil modular sind. Und ihr kriegt eine Version mit einem Comic. Wie der Name schon sagt, Bricks Comics und das ist ein Comic, was euch eine Geschichte erzählt. Ihr könnt quasi dieses Comic anfangen zu lesen und, es ist sehr schön gemacht, und dann zwischendrin immer wieder einzelne Module bauen. Also die Geschichte nimmt euch mit, sie richtig zu erleben und sie nachzubauen quasi. Die Anleitung ist ohne Fehler, sie hat gute Qualität, sie ist allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das schreibt der Designer auch selber, dass er hier bewusst wollte, dass man dieses 80er-Jahre-Feeling hat, dass die Anleitungen nicht ganz so einfach sind. Das kann ich nicht mehr nachvollziehen, weil ich eigentlich in letzter Zeit überhaupt gar keine alten Sets gebaut habe. Meine Erfahrungen aus den 80er-Jahren liegen tatsächlich in den 90er-Jahren. Also ich habe es damit, in den 90er-Jahren habe ich angefangen mit Lego zu bauen. Von daher weiß ich das nicht mehr. Ich persönlich fand es gewöhnungsbedürftig, da ich tatsächlich ein großer Fan von leichten Anleitungen bin, was einfach daran liegt, dass ich extrem viel baue und das extrem schnell gehen muss. Das geht hier auch, aber ihr müsst immer mal wieder einen Teil suchen, gucken, wo es reingehört, überlegen per Ausschlusskriterium. Ihr baut einfach mal all das, was ihr seht und dann bleibt was übrig und dann ist es logisch, wo es hingehört. Das funktioniert, aber es ist gewöhnungsbedürftig. Nicht schlecht, aber gewöhnungsbedürftig. So, bei den Figuren braucht ihr die Originalfiguren, die die Schmiede euch liefert und die Geschichte fängt auch an mit der Originalschmiede. Ich möchte euch nicht zu viel spoilern von der Geschichte. Es ist eine coole Geschichte. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Lego-Comic doch so spannend sein könnte. Es ändert mit einem fiesen Cliffhanger, wie ich finde. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also ich brauche hier unbedingt noch ein weiteres Mock, was die Geschichte weitererzählt und ich finde, das könnte ein Start sein für eine coole Briggs-Comics-Reihe, wobei ich vermute, dass der Aufwand nicht gerade klein ist, so ein Comic zu machen. So, kommen wir dazu, was ihr hier kriegt. Also ihr kriegt auf der einen Seite zunächst mal eine Schmiedehütte. Ich fange jetzt mal in der Logik der Geschichte an. Also eine Schmiedehütte. Kurz gesagt, der Schmied wohnt eigentlich in der Medieval Blacksmith, die ihr kennt von der 21 325. Das Ding brennt unter nicht näher von mir zu beschreibenden Umständen ab. Er zieht sich in seine Hütte zurück, arbeitet da weiter. Dann hat er eine Nichte, die dann einen am Versteck im Wald baut, was es ja so ähnlich auch in der Forestman-Serie damals in den 80ern gab. Und dann gibt es noch einen Wagen hier mit, Geheimvorsteck, eine Kaserne, wo der sozusagen der Adelige des Landes drin wohnt, beziehungsweise nicht drin wohnt, sondern Kriegsvorbereitungen drin durchführt. Und neben der Kaserne ist dann noch ein Turm, der sozusagen als Wachturm fungiert, wo dann der übrige Ritter aus dem Set noch seinen Platz findet. Wir gehen die Modelle jetzt mal nacheinander durch und fangen mal tatsächlich wieder an mit der Schmiedehütte, weil tatsächlich die Logik der Geschichte das für mich nachvollziehbarer macht. So, also ihr kriegt hier eine kleine Hütte. Nachdem eben die Schmiede abgebrannt ist, muss der Schmied hier mit arbeiten. Das ist ein bisschen zugig, da kann er kochen. Da hat er seinen Ofen mit dem Schmiedefeuer, den Amboss, seine Kiste mit Kohlen, hier Rohlinge für Schwerter und hier den Schleifstein. Also ist alles da. Noch ein bisschen Werkzeug hinten und man kann natürlich auch dieses Dach hier abnehmen und reingucken. Und dann seht ihr, da ist nicht viel drin, da ist einfach nur eben seine Pritsche und das Schmiedefeuer. Also eigentlich nur so eine Notunterkunft im Wald, wo man halt ein bisschen arbeiten kann. So, dann gibt es noch dazu einen Waffenständer. Da ist schon einiges drauf, was er hier gemacht hat. Schilde, Waffen, ein Helm und Rüstungsteile. Das Schöne finde ich hier, dass alles fest ist. Ich bin großer Fan davon, dass Sachen fest sind, keine losen Teile rumfliegen. Das ist alles fest. Also das ist hier unsere Schmiede, die wir kriegen. Was euch auffallen wird, das ist ein sehr einfacher Baustil. Das ist aber nicht schlecht, denn ganz, ganz wichtig, dieses Set ist von vorne bis hinten ein Spielset. Es geht nicht um irgendwelche Displayideen. Man kann das vielleicht jetzt Display einsetzen, das ist aber eher unspektakul. Es geht hier darum, dass man spielen kann. Und das finde ich wird auch sehr gut erreicht. Ihr habt viel Platz zum Spielen, einfache Strukturen. Das Bauen ist hier nicht im Fokus. So, dann kommen wir hier zu unserem Forest Hideout. Da gibt es dann hier auch eine Möglichkeit zum Bogenschießen. Es gibt hier einen kleinen Kochplatz. Das ist so Robin Hood mäßig, nicht? Und hier diese Form dieses am Hideout ist natürlich klassisch. Das kennt man, wenn man das alte Lego-Set kennt. Und hinten hat dieser Hideout einen geheimen Zugang. Ja, da macht man hier die Klappe auf und dann kann man da rein klettern. Da versteckt sich dann die Nichte von unserem Schmied, nachdem sie in Ungnade gefallen ist. So, man kann das aufmachen. Man kann es nicht einfach nur hochheben. Er hat hier den Mechanismus ein bisschen versteckt. Man muss hier das Teil rausnehmen und dann kann man es richtig aufmachen. Ist auch sehr stabil an den Kugelgelenken. Hier kann man reingucken. Sieht man, da ist hier eine Pritsche, ein paar Waffen, ein Sack. Ja, alles, was man eben so braucht, um sich zu verstecken und zu kämpfen à la Robin Hood. So. Na, ich mache mal hinten auf. Dann seht ihr, wie der Geheimgang hier reinkommt. So, machen wir auch mal wieder zu. Also, ganz einfach gebaut. Aber ich finde, es macht trotzdem Spaß, das zu bauen. Es ist jetzt nicht so mega interessant, wie man es vielleicht von anderen Alternative Builds kennt. Aber muss ja auch nicht, wenn es ums Spielen geht. So. Als nächstes kommen wir zu unserem Karren hier, zu unserem Fuhrwerk. Einfach, weil der in der Story als nächstes vorkommt. Der hat einen schönen Kniff. Das ist an und für sich eine ganz einfache Konstruktion hier. Funktioniert. Kann man jemanden auf den Box setzen. kann man hinten jede Menge Sachen festnoppen. Das ist auch schön. Oh, das Pferd kriegt einen Schwächeanfall. Und dann kann man eine Person geheim transportieren. Ja, also man kann natürlich auch einen Schatz transportieren. Aber auch eine Person, die ist hier unten dann drin. Ja, sehr gut gelöst. Und mehr hat dieser Pferdekarren hier auch nicht anzubieten. So. Nächstes Modell ist hier unsere Kaserne. Wir gucken einmal drum rum. Also es ist ein kleines Häuschen. Man kann es als Kaserne definieren oder als alles andere. Das ist auch das Schöne hier an dem Set. Ihr könnt nicht nur natürlich die Geschichte spielen, die ihr hier in seinem Comic vorschlägt. Ihr könnt alle möglichen anderen Geschichten spielen. Dadurch, dass ihr hier vier unterschiedliche Module habt, könnt ihr die natürlich auch umwidmen, umbauen. Könnt was völlig anderes draus machen. So. Da kann man jetzt hier das Dach abnehmen und kann mal reingucken. Das ist sozusagen der kleine, in Anführungszeichen, Hideout unseres Landbesitzers, Landlords. Könnte man fast sagen. Ja, Landlord ist eigentlich der Vermieter. Also dessen, der hier Edelmann ist. Mit seiner Kiste, mit dem geheimen Brief, der dann noch in der Geschichte eine Rolle spielt. Hier in einem bisschen besserem Bett, einem Rüstungsständer bzw. Helmständer eher und einem Apfel und einem Tischchen zum Essen. Dann gibt es hier noch ein Schwert an der Wand und alles ist außer dem Apfel fest. Die Tür funktioniert übrigens ganz normal. Also das ist hier unser kleines Häuschen. Ein Häuschen ist ja immer sinnvoll, egal welche Geschichte man spielt. Und dann fehlt uns nur noch der Turm. Das ist unser letztes Modul. Da funktioniert die Tür auch. Innen drin ist eine Treppe, wie ihr seht, angedeutet, die aber zum Bespielen eher nicht so interessant ist. Der Turm ist ganz einfach konstruiert. Was mir sehr gut gefällt an dem Turm ist diese Fahne aus diesen Dach-Pentagonal-Tiles aus der Schmiede. Habe ich so noch nicht gesehen. Die Dinger eignen sich super als Fahnen, finde ich. Und man kann den auch aufmachen. Also der ist hier in der Mitte modular. Da kann man reingucken. Seht ihr diese angedeutete Treppe, die sich nach oben weiter schlängelt. Aber die hat irgendwie auch nicht jede Stufe. Von da ist es auch nur eher so, damit was drin ist, damit es nicht ganz leer ist in dem Turm. Was bisschen blöd ist bei dem Turm, seht ihr auch hier, dass da quasi keine Reihe an Plates drunter ist. Das müsste man gegebenenfalls ergänzen. Sonst hat man nämlich das Problem, dass gelegentlich beim Auseinanderbauen einem hier die Bricks, die unten nicht fest sind, rausfliegen, runterfliegen, sich einfach selbstständig machen. Und man weiß halt danach auch nicht zu 100 Prozent, wie man den wieder zusammensetzen muss, wenn man sich das nicht gemerkt hat. Ich habe es jetzt bestimmt falsch gemacht, aber ich glaube, es fällt auch nicht so auf. Also stellen wir nochmal alle Module zusammen. Falls ihr euch jetzt übrigens wundert, ganz bewusst erzähle ich so wenig wie möglich zu der Geschichte. Weil ich finde, einmal ist es gerechtfertigt, dafür Geld zu nehmen über die Anleitung. Sechs Euro. Ich finde, da ist quasi ein Euro fürs Comic drin. Und dann finde ich sie sehr gut gemacht und ich finde Aufwand in dem Maße sollte honoriert werden. Und ich finde, wenn man auf Lego Comics steht, kann es sogar sich lohnen, allein deswegen die Anleitung mal zu kaufen, um da mal einen Blick reinzuwerfen. Es ist durchaus lohnt. Es ist jetzt keine mega umfangreiche Handlung, aber es sind doch einige Seiten Comics. Sehr schön gemacht mit einem Comic-Filter über den Bildern, die das Ganze so ein bisschen weich zeichnen. Also man verliert ein bisschen Details, aber man kann darüber natürlich auch mit ganz einfachen Mitteln tolle Geschichten erzählen. Und wenn man dann so ahnt, dass da Kissen als Felsen eingesetzt werden und es einem erst auf den zweiten oder dritten Blick auffällt, dann hat der Designer hier sehr gute Arbeit geleistet. Also fassen wir mal zusammen, was ich über dieses Set denke. Positiv. Es ist ein explizites Spiel-Set. Das muss man wissen. Das erfüllt es auch voll. Da gibt es gar keine Probleme damit. Die Anleitung mit dem Story-Comic ist sehr cool. Habe ich so noch nicht gesehen. Das ist eine gute Anleitung ohne Fehler. Wir haben einen hohen Spielwert über die Story hinaus. Für Jung und Alt. Das ist ja auch die Idee, die er schreibt. Er findet, dass das hier gut dafür geeignet ist, dass das hier zum Beispiel Eltern mit ihren Kindern zusammen machen. Und er hat auch die Gewalt sehr niedrig gehalten im Comic. Es gibt einmal einen angedeuteten Schuss, der eine Lego-Figur trifft, aber völlig unblutig. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Der Bau ist einfach und auch leicht. Ja, tatsächlich. Und die Beschreibung auf Rebrickable finde ich auch sehr fair. Es ist einfach tatsächlich das. What you see is what you get. Oder what you read is what you get. Man kriegt genau das, was man erwartet. Und das ist ja manchmal nicht so, finde ich. Bei manchen anderen schlechten Beschreibungen ist dann doch die Überraschung ein bisschen größer. Zum Teil auch wenn die Sets leerer sind als erwartet. So, negativ finde ich persönlich die unnötig komplizierte Anleitung. Ja, auf der einen Seite der Retro-Stil, der hier eingefangen werden soll. Aber ich finde es tatsächlich ein Fortschritt, dass Lego-Anleitungen leichter sind. Klar, natürlich. Man kann es auch übertreiben, wenn man sich die heutigen City-Anleitungen anguckt, wo dann nur ein Teil pro Step verbaut wird. Richtig. Das ist zu viel des Guten. Aber wenn man nicht sieht, wo ein Teil hingehört und man es per Ausschlussverfahren erraten muss, ist es jetzt auch nicht so meins. Also irgendwo dazwischen nicht wird die Anleitung vielleicht noch ein bisschen überarbeiten. Es ist nicht frustig, es ist weit davon entfernt, aber es ist manchmal ein bisschen blöd. Und dann ist tatsächlich die Stabilität des Turmes, wie ich euch gezeigt habe, durch die unten frei hängenden Bricks, wenn man ihn auseinander nimmt, nicht ganz so einfach. Vor allem auch beim Bau ist es ein bisschen fummelig. Funktioniert aber. Genug dazu. Also mein Gesamteindruck ist, dass das MOG sich lohnt. Es geht aber einen ganz anderen Weg, als man vielleicht schon gesehen hat und erwartet. Und macht zum Spielen super viel Spaß. Also da gibt es tatsächlich diesmal auch keine Einschränkungen. Auf den ersten Blick wirkt es unspektakulär. Das muss man ehrlich sagen. Man muss das mal gebaut haben, wenn man denn tatsächlich mit Lego spielt, um da einen echten Eindruck zu kriegen. Und zum Zusammenspielen ist es hier super geeignet. Es ist kein Set, um damit alleine was zu machen. Kann man natürlich, logisch. Aber zusammen macht es viel mehr Spaß. Der Spielwert ist höher als bei der Vorlage, als bei der mittelalterlichen Schmiede, würde ich jetzt sagen. Weil man da dann immer wieder das Haus auseinander bauen muss, um in die verschiedenen Stockwerke zu kommen und dann geht die Wirkung verloren, finde ich. Deswegen ist grundsätzlich der Spielspaß bei modularen Häusern, finde ich, überschaubar. Bauen ist hier weniger wichtig als das Spielen, ganz klar. So wie früher, man hatte weniger Baumöglichkeiten, man hat einfach mehr kreativ ergänzen müssen. Nostalgie ist gut eingefangen. Empfehlung für Eltern mit Kindern, das ist ganz klar, die gerne aktiv mit den Sets spielen, für alle anderen eher bedingt empfehlen wird. Aber ihr wisst genau, was ihr kriegt, wenn ihr die Beschreibung lest. So, komme ich zu meiner Bewertung. Spielspaß, 5 von 5 Bricks kann man sehr gut, sehr kreativ spielen. Es ist jetzt nicht so mega viel interaktiv. Ihr müsst halt ein bisschen euer Hirn bemühen. So, Bauspaß, 3 von 5 Bricks, weil halt einfach nicht so viel zu bauen ist und weil es nicht so kompliziert ist oder auch herausfordernd. Die Stabilität, 4 von 5 Bricks durch das eine oder andere Grad beim Turm oder kleine Teil, was man eben doch abreißt oder lockeres Dach, bisschen eingeschränkt, aber trotzdem gut. Optik, 3 von 5 Bricks, weil ich finde einfach, klar, Nostalgie ist schön, aber ich empfinde die Optik nicht mehr als zeitgemäß. Deswegen eben nur 3 von 5 Bricks. Der Preis für die Anleitung ist absolut fair. Ihr kriegt einen Comic dazu, von daher gibt es nichts zu meckern. 4 von 5 Bricks. So komme ich zu meinem Gesamturteil für dieses Set von Bricks Remix. Ich darf jetzt nicht durcheinander kommen. Bricks Comics Medieval Blacksmith, das Rebrickable Mock mit der Nummer 94946. Das kriegt von mir 4 von 5 Bricks, weil es als Spielpaket eine prima Wahl ist. Also, wenn ihr das sucht, seid ihr hier genau richtig. Hier wurde sich viel Mühe gegeben, auch mit dem Comic. Das lohnt sich einfach mal auszuprobieren. Vielleicht, wenn ihr auch mal was ganz anderes machen wollt mit euren Steinen, anstatt sie immer nur anzuschauen und ins Regal zu stellen. Also, schreibt mir was ihr denkt, schreibt mir was in die Kommentare. Ich beantworte jeden Kommentar. Lasst mir vielleicht den Daumen hoch da, das würde mich sehr freuen. Oder ein Abo, noch besser. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf meinem Kanal auf Mockscout.